Guten Morgen! Morgen Rocketsch! Auf geht's Kleiner! Na? Hier geht's doch mal rein! Sag Hallo! Fritzchen! Ist stark! Und das wollte sich einer rausziehen! Ja! So ein kleiner Mann! Freut dich, ne? Damit Peace Leute im Basketball! Ich jetzt war mit Kevin! Heute kommt mal wieder ein Vlog mit Rocky, unserem Hund Wir hatten ja mal einen Vlog gemacht Da war dann noch ein Welpe Also ist eigentlich immer noch ein Welpe, oder? Bald ist der raus! Der war noch sehr klein, der ist jetzt gewachsen Wie lange ist das her? 2-3 Monate oder sogar 4 Monate? Krass, die Zeit ist umgegangen Wie ihr seht, er ist größer geworden Auf jeden Fall! Hier ist er! Willst du auch Hallo sagen zu den Zuschauern? Hallo! Hallo! Ich pack auf jeden Fall ein paar Leckerchen ein Wir zeigen euch heute ein paar Tricks würde ich sagen Genau Tricks, was er so kann Gehen ein bisschen mit dem raus Und versuchen auch Tricks zu erfinden mit ihm Ja Mann! Gucken wir mal was abgeht Genau! Dann nehmen wir ein paar Bälle und Leckerlis mit Genau! Trinken auch! Yeah! Packen wir die Tasche dann Bist du bereit? Ja! Sooo, sehr frisch heute Ja, frisch, aber hält euch nicht davon auf Unsere Hunde loszuziehen Okay, hast du Bock? Ja! Oh, das war ein anderer Hund Aber er bleibt immer cool Der wird der Hellerist auf jeden Fall Ja! Wohin gehen wir heute alles? Ja, heute machen wir einen süßen kleinen Block Ja, einen kleinen Spaziergang Bisschen auf dem Sportplatz denke ich Genau, machen ein paar Tricks Ja, ein paar Spielchen Und eigentlich ziemlich spontan heute mal, ne? Ja Mann! Wie alt ist Rocky jetzt genau? Er ist jetzt so 7 Monate alt 7 Monate, ne? Und im letzten Block war er, glaube ich, 2 Monate Ja? Ja, ich glaube auch Richtig krass 5 Monate ist das her? 5 Monate ist das jetzt her? Das wäre ein 20-Jähriger Tag Musst du ja mal gucken So lange, kann ich mir gar nicht vorstellen Das ist schon krass Auf jeden Fall Rocky ist schon gut kräftig geworden Auf jeden Fall Er wächst noch viel mehr Er liegt doch so um die 20 Minuten Oh, da macht er sein Beinchen hoch Da ist Rockys Freund Der hat gerade richtig quietscht Die Kleinen kennen sich Ah ja, macht krass Und er pinkelt nur ganz wenig Ja, immer Stück für Stück Weil er riecht die anderen Hunde Gerüche Und will dann drüber pinkeln Um sein Revier zu markieren Voll krass Anders pinkelt er gar nicht mehr Ja Also immer nur Stück für Stück Genau Voll krass Voll krass Guck, der riecht erstmal und dann markiert der Direkt drüber pinkeln Ja Mann Seine Vier Da gab es So Leute, wir müssen noch einen Thumbnail machen Dafür musst du jetzt sitzen Rocky sitzt Genau Wir müssen da da gucken Okay Wir können mal zur Regie gucken Guck mal da Erst mal abschlappern Erst mal abschlappern Guck dir Ja Ruf mal Rocky Ja, wir können ihn freilassen Lassen wir ihn frei rumlaufen Geh Geh Hier ist seine frei Juhu Juhu Boah, der will direkt spielen Das ist auch Spielbasis hier Jawoll Was ist das? Ja Boah, kann der dampf Der kann ja richtig springen Boah Ich steig net Die gibt 20 Kilo Ja was Wie viel Winkel? 20 Kilo? 21 Kilo? Jawoll Das ist doch schön hier Boah Der kippt mich ja noch um Huh Frank Guck Na Entschuldigung Den Bust Ja Wie viele Werен Wie viele Wuhu Oh Tönt Wuhu Mit seinem Spielzeug jetzt. Weil er entblößt das Spielzeug, das hatte vorher noch eine Hose. Das war richtig süß. Irgendwas gehört. So, wir sind jetzt hier auf dem Feld. Hier kann er sich richtig austoben. Wir haben jetzt hier die Leckerlis rausgeholt. Jetzt machen wir ein paar Tricks. Die müssen wieder weg. Rocky? Mach Sitz. Mach Platz. Rocky, Sitz. Platz. Klötchen. Stark. Okay. So, wir üben jetzt aus. Ich gebe ihm das Kuscheltier. Und wenn er das in den Mund hat, sage ich aus. Und dann gibt er mir das bzw. lässt los. Würde ich mal sagen. Rocky. Aus. Aus. Ja, er hat direkt losgelassen. Mission bestanden. Aus. So funktioniert das. Nice. Stark. Sehr gut gemacht. Okay. Jetzt ein schwieriger Trick. Und zwar ist das jetzt für seine Körperbeherrschung. Wir legen, also wir machen halt Sitz und Platz. Dann legen wir die Leckerlis auf seine Pfötchen. Und der soll sich so lange beherrschen, bis wir sagen, jetzt kann er essen. Genau. Okay. Rocky, komm her. Rocky. Ja, Sitz. Schon mal gut. Warte, ich nehme diese zwei hier. Oder die zwei. Rocky, Sitz. Platz. Bleib. Nein. 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 Rocky, nein. Rocky, nein. Rocky, nein. Rocky. Guck mich an. Okay. Jetzt. Ey. Nicht schlecht für den Anfang direkt, ne? Nicht schlecht für den Anfang. Schon mal stabil. Ja. Das kann er sich gönnen auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ach, ist dir verdient, mein Junge. Ist dir verdient, Mann. Schuss. Jetzt könnten wir ein bisschen mit den Bällen spielen, oder? Ein bisschen den auslaufen lassen. Der braucht immer richtig Auslauf. Genau. Der muss immer richtig ausgepowert werden. Okay. Wir haben einen schönen Tennisball am Start. Ja, Mann. Also gerade zwei Stück. Die siehst du? Mhm. Guck mal, ob der den findet. Und... Nice. Hier. Rocky hier. Rocky. 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 Okay. Das bringen hat er noch nicht so drauf. Aber das bringen wir den auch noch bei. Gucken, wie er reagiert. Wenn er jetzt den anderen Ball sieht. Und hier. Und den letzten Ball. Und den anderen hat er noch im Mund. Ja. Boah. Guck mal, ob er den Ball schafft. Und? Ich glaube, der versucht. Beide. Und? Einen hat er liegen lassen. Ja. Beide kriegt er nicht. Gehen wir mal hin und helfen ihm. Ich werfe jetzt mal richtig weit. Mal gucken, ob er den findet. Und? 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 Boah. Nicht schon so schnell laufen, dass er ganz geradet ist. natürlich? So. Oh! Alles klar. Gehen wir das Pällchen? No. Wir werden nicht abgeben. Oh nooo. Ja, aber. Okay, nice. Sehr stark, sehr stark. Klasse. Okay. Okay, wir üben jetzt Bleib und zwar, ja, er soll hier sitzen bleiben. Wir gehen weit weg und dann erst kommen, wenn wir sagen, er soll kommen. Okay, Sitz, Bleib. Okay, Bleib. 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 Okay, wir gehen jetzt nach Hause und dann zeigen wir euch auch noch einen Trick. Let's go. Stark am Schlecken hier, kühles Wasser hier. Ganz frisch. Richtig Durst. Der hat noch keinen Haufen gelegt, oder? Eigentlich müsste der noch einen Haufen legen. Großes Geschäft noch. Vielleicht jetzt nach dem Trinken. Noch mehr, der hat auch richtig Durst. Boah, der schlägt alles hier weg. Das geht ab, Mann. Boah, Mann, das ist auch eine Maschine. Hast du genug, oder noch mehr? War die voll, die Flasche? So, da hinten ist jetzt ein anderer Hund. Mal gucken, wie die Rocky reagiert. Das geht ab, Mann, ganz gut. Das geht ab, Mann. Das geht ab, Mann. Das geht ab." Aber das ist ein bisschen. Das geht ab, Mann. Ich bin jetzt mal. Das geht ab, Mann. Aber das sind also ganz frisch. Und da hinten. Das geht um. so Rocky macht sein Geschäft so natürlich immer weg machen Leute immer weg machen auch wenn das jetzt hier auf dem Feld ist einfach mal gar keine Ausnahme machen weil wenn wir uns vorstellen wir gehen da durch dann treten wir den Haufen wenn wir uns auch ab was macht denn wir sind wieder zu Hause so Leute und zwar folgendes so lassen jetzt Rocky hier an dem Tennisball riechen und dann werde ich den irgendwo verstecken mal gucken ob ihr ihn findet Rocky sitzt so jetzt riechen wir ein bisschen dran ja schön riechen okay bleib 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 jetzt mal das ganze auf der Decke schnell auf der Decke ist der ein bisschen gestolpert aber der riecht schon was jetzt vielleicht mit einer anderen Gegenstand oder ein Leckerli oder Sitz genau riechen wir ein bisschen dran schön abstoppern und so bleib Leute der ist unter dem unter dieser grauen Matte ist das oh es nimmt ein Tennisball auch nicht schlecht ja hat sich jetzt abgelenkt glaube ich ne ja schlubo okay ich würde sagen das war's mit dem Hundeblog das war's ja man Leute ich hoffe es hat euch gefallen und wenn es euch gefallen hat gibt einen Daumen hoch wenn ihr mehr davon sehen wollt genau wenn ihr in ein paar Monaten oder so wieder einen Block wollt oder öfters Rocky Vlogs wollt ja vielleicht gefällt euch das dann können wir das zwischendurch gerne noch machen dann gib einen Daumen hoch folgen uns auf Instagram und Snapchat einmal hier Marfit und mir Calvin Fitti vorgestell seid ihr immer auf dem neuesten Stand yes ihr könnt auch gerne unseren Merch Shop abtracken erster Link in der Beschreibung yeah und noch schöne Grüße an Clipshit Larix BAM du hast die Glocke aktiviert danke dafür wenn auch bloß gegrüßt haben wollt müsst ihr uns einfach noch abonnieren direkt daneben auf die Glocke klicken und dann auf aktivieren und dann kriegt immer noch neue Nachricht wenn wir das Video hochgeladen haben geiler Service yes dann schreibt in die Kommentare Hashtag Glockeaktiv und wir sehen ihr habt die Glocke aktiviert bis zum Glück bleibt mir direkt hier im Video an und grüßen euch und ansonsten würde ich sagen bis morgen Peace